Hi und willkommen zu My Hero Podcast. Ein Podcast, in dem wir uns jeweils eine Folge aus dem Anime My Hero Academia vornehmen, sie teilweise Frame für Frame auseinandernehmen und auf Details eingehen, über die man sich normalerweise keine Gedanken macht. Aber hey, wir reden hier immerhin über Superhelden. Wer möchte da schon normal sein? Ich bin Snowblind und wünsche euch viel Spaß mit Folge 7 von My Hero Podcast. In der heutigen Episode vom Podcast schauen wir uns die siebte Folge der ersten Staffel genauer an. Sie trägt den Titel Deku vs. Katschan. Und anders hätte man die Folge auch echt nicht nennen können. Denn genau das ist es, was wir heute sehen werden. Den ersten richtigen Kampf zwischen Deku und Katsuki. Und nichts anderes. Na, das kann ja was werden. Genau genommen begann der Kampf allerdings schon in der letzten Folge. Die endete nämlich mit der Szene, in der Katsuki Deku frontal angegriffen hat. Deku konnte seine Attacke aber parieren und Katsuki mit seiner eigenen Bewegungsenergie zu Boden werfen. Die aktuelle Folge beginnt mit einem Replay von der Szene, die ich gerade beschrieben habe, gefolgt vom Intro. Danach gibt es eine kurze Rückblende. In der erzählt Deku uns in seiner Erzählerposition mehr darüber, wie Katsuki und er sich kennengelernt haben. Bevor wir die zwei aber tatsächlich in der Zeit sehen, in der sie sich kennengelernt haben, sehen wir erst einmal ein aktuelles Bild von Deku und Katsuki in ihrer UA-Schuluniform. Und schon hier wird der Unterschied zwischen den beiden deutlich. Deku hat einen recht neutralen Blick, seine Schuluniform ist ordentlich und er hat einfach diese typische Nice-Guy-Ausstrahlung. Katsuki hingegen guckt abschätzend und genervt. Im Gegensatz zu Deku ist es für ihn nämlich nichts besonderes, dass er in der UA aufgenommen wurde. Was ja bekanntlich die beste und allercoolste Superhelden-Schule ist. Doch in Katsukis Ego gibt es keinen Platz für Zweifel. Für ihn war es immer klar, dass er der krasseste ist und er somit auch an die krasseste Schule gehen wird. Die Krawatte, die eigentlich zur Schuluniform gehört, hat er auch gar nicht erst angezogen. Ob er sie bewusst weggelassen hat oder vielleicht stand er auch stundenlang vorm Spiegel und hat versucht sie sich zu binden, kann ja sein. Doch als das nicht geklappt hat, dachte er sich, ach drauf geschissen, ich geh einfach ohne und hat anschließend die Krawatte in die Luft gejagt. Irgendwie so muss es sich zugetragen haben. Und da er die Krawatte eh nicht trägt, hat er sich auch direkt noch einen Knopf von seinem Hemd aufgemacht. Damit auch bloß alle sehen, was für ein sexy Boy er ist. Wo wir schon mal beim Thema sind. Wie krass ist bitte sein Trapezmuskel? Da habe ich extra mein Geodreieck gesucht, weil ich das unbedingt nachmessen musste. Ich meine, schaut euch das an. Der Muskel geht einfach in einem 40-Grad-Winkel von der Schulterspitze zu seinem Hals. Ja, und da kann ich mir direkt mal selber auf die Schulter klopfen. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, das Geodreieck aus meiner Schulzeit zu behalten. Ich muss schon damals gewusst haben, dass ich es genau für solche Momente noch einmal brauchen kann. Aber dass das anatomisch so überhaupt möglich ist, das ist schon krass. Die Darstellung davon ist aber auch nicht ganz konsistent. Allein in dieser Folge sehen wir einige Einstellungen, in denen seine Schultern normal aussehen. Wie zum Beispiel hier. Und in manchen Einstellungen dann wiederum nicht. Während wir weiterhin das Bild mit Katsky und seinen 40-Grad-Schultern sehen, fängt Deko an, uns ein paar Background-Infos über die Beziehung der beiden zu geben. Sie kennen sich schon sehr lange, da ihre Familien bereits seit ihrer Kindheit nebeneinander wohnen. Naja, so ganz stimmt das nicht. Sie wohnen nicht direkt nebeneinander, aber immerhin in derselben Nachbarschaft. Während Deko zusammen mit seiner Mutter in einem Drei-Zimmer-Apartment in einer Plattenbausiedlung lebt, wohnt Katsky mit seinen Eltern ein paar Blocks weiter, in einem riesigen Haus. In der nächsten Einstellung sehen wir den kleinen Deko im zarten Alter von vier Jahren. Er schaut verängstigt auf das, was uns als nächstes gezeigt wird. Es ist ein aufgebrochener Zaun, an dem zwei Warnschilder befestigt sind. Auf dem einen steht groß Betreten verboten, in japanischen Schriftzeichen. Das andere Schild warnt vor einem ungesicherten Gewässer und der damit verbundenen Gefahr zu ertrinken. Katsky lässt sich davon aber natürlich nicht abschrecken. Er zeigt auf den Durchgang im Zaun und sagt, wir gehen rein und zerschmettern den Feind. Einen wirklichen Feind gibt es aber nicht. Es ist einfach der ganz normale kindliche Wahnsinn. Wir können es auch Freude am Spiel nennen. Sucht's euch aus. Meiner Meinung nach trifft es Wahnsinn bei dieser Gruppe aber doch am besten. Die Zusammenstellung der Truppe könnte nicht absurder sein. Die drei Kids, die links neben Katsky stehen, kennen wir nämlich bereits. Beim Jungen ganz links mit dem lila Shirt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber er sieht ein bisschen so aus, wie der Junge den Isuku in der ersten Folge vor Katsky und den anderen beschützt hat. Und mit die anderen meine ich natürlich die übrigen beiden Jungs hier im Bild links neben Katsky. Das sind übrigens auch die beiden, die Isuku in der ersten Folge zusammen mit Katsky gesmashed haben. Es ist aber nicht ganz klar, ob diese Rückblende jetzt vor oder nach der aus der ersten Folge spielt. Aber selbst wenn sie davor spielen sollte, dürfte die Einstellung der Truppe auch zu diesem Zeitpunkt schon pro Katsky und kontra Isuku gewesen sein. Einer der zwei Jungs, von denen ich gerade gesprochen habe, spielt später auch noch eine tragische Rolle. Wer den siebten Band des Mangas gelesen hat, der könnte schon ahnen, was ich meine. Es ist nämlich etwas, was im Anime gar nicht erklärt wurde. Dafür aber auf einer Bonusseite im Manga. Aber hey, wozu hört ihr diesen Podcast, wenn ich die Erklärung nicht für euch übernehmen würde? Also, nach dem Kampf gegen den Heldenmörder Stain taucht eines der Nomus von Shigaraki auf. Dieses Nomu kann im Gegensatz zu den meisten anderen fliegen. Und es greift mit erschreckender Präzision Isuku aus der Menge und versucht ihn zu entführen oder sonst was mit ihm anzustellen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum ausgerechnet Isuku? Vielleicht, weil er der Protagonist ist? Nein, zumindest nicht ganz. Es hat noch einen anderen Grund. Und dazu schauen wir uns einmal den etwas fülligeren Jungen mit dem kurzen Haaren und dem Muskelshirt an, der hier direkt links neben Katsky steht. Er hat nämlich eine Spezialität, mit der er sich Flügel wachsen lassen kann. Und eben dieser Junge wurde von All4One oder besser gesagt von seinem untergebenen Dr. Uchiko in einen Nomu verwandelt. Der Junge, den dieses grausame Schicksal ereilte, heißt übrigens Tsubasa. Und er ist der Enkel von Dr. Tsubasa. Das ist der Doktor, der Isuku in der ersten Folge sagte, dass er keine Spezialität mehr entwickeln wird. Und wenn wir uns jetzt Dr. Tsubasa anschauen und dann den verrückten Wissenschaftler aka Dr. Uchiko, also der Wissenschaftler, der auch die Nomus herstellt, dann fällt uns eines auf. Es ist fucking nochmal dieselbe Person. Der Typ hat einfach seinen Enkel in einen Nomu verwandelt. Wie krank ist das denn? Und nur für den Fall, dass ihr es noch nicht gesehen haben solltet, schaut euch unbedingt mal das Video mit meinen Theorien zu Dekus Vater an. Da kommt der gute Dr. Uchiko nämlich auch vor. Das Video habe ich euch mal unten verlinkt. Zurück in der Szene sehen wir, wie sich die Jungs auf ihr Abenteuer mit Katsky freuen. Isuku steht dabei weit abseits von ihnen und freut sich nicht so sehr. Damit er nicht auffällt, stottert er ein Äh, yay! Und reißt dabei zögerlich seinen Arm nach oben. Jetzt geht's los mit Katskys Abenteuer-Mission. Und als die Jungs gerade durch die Öffnung im Zaun gehen, sehen wir, dass das Tor des Zauns rausgebrochen auf dem Boden liegt. Auch wenn man es nicht gesehen hat, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Katsky das Tor zuvor aus der Verankerung gesprengt hat. Das könnte auch erklären, warum Deku so weit von Katsky wegstand. Deku ist der Inbegriff der Nettigkeit und es gibt absolut nichts Böses in ihm. Da wäre es natürlich nachvollziehbar, dass er nicht direkt neben einem Jungen steht, der gerade ein Tor weggesprengt hat. Deku erklärt uns als Zuschauer noch, dass Katsky schon immer alles auf Anhieb gelang. Danach sagt er noch etwas, was ich kurz zitieren muss. Ob im Guten oder im Bösen die Ansicht von Katschans Rücken, wie er vor Selbstbewusstsein strotzte, wirkte auf mich wahnsinnig cool. Und während er das sagt, sehen wir den vierjährigen Deku mit breitem Grinsegesicht, als er gerade Katskys Rücken anstarrt. Wow, das ist echt strange. Naja, immerhin spricht er in der Vergangenheitsform. Den Crush auf Katskys Rücken hat er also vermutlich hinter sich. Natürlich war es eher so gemeint, dass Isuko einfach selber gerne so viel Selbstbewusstsein gehabt hätte wie Katschan. Aber diese Aussage über seinen Rücken kam einfach so aus dem Nichts, da muss man drüber reden. Ein Schweißtropfen läuft Katskys Hand hinunter, während Deku uns verrät, das alles eine böse Wendung nahm, als sich Katschans Spezialität gezeigt hat. Und durch die Art, wie diese Szene erzählt wird, könnte man denken, dass das hier jetzt der Moment ist, in dem Katschan seine Spezialität entdeckt hat. Aber dem ist nicht so. Wir sehen ihn nämlich später in der Episode in einer weiteren Rückblende, als er noch jünger war und seine Spezialität schon hatte. Und mit diesem Cliffhangersatz von Deku endet auch schon die erste Rückblende. Wie aber gerade schon angedeutet, werden wir im Verlauf der Episode noch ein paar weitere sehen. Jetzt sind wir aber erst einmal zurück in der Gegenwart. Katski hat sich nach Deku Schulterwurf wieder aufgerichtet und ist bereit für den Gegenangriff. Jetzt funkt aber Tenya dazwischen, also im wahrsten Sinne des Wortes. Er fragt Katski über einen Funkkopfhörer nach einem Lagerupdate. Doch dafür hat Katski jetzt gar keine Zeit und er gibt nur schroff zurück. Halt die Schnauze und bewacht die Bombe! Tenya ist nicht gerade amüsiert darüber und will Katski zur Rede stellen. Doch die Chance bekommt er nicht. Katski hat die Verbindung bereits unterbrochen, um jetzt ungestört gegen Izuku kämpfen zu können. Tenya regt sich noch kurz über Katschans unkollegiales Verhalten auf und dann beginnt ein eine neue Szene. Wir sind jetzt im Überwachungsraum, in dem All Might mit den übrigen Schülern live das Geschehen verfolgt. Eijiro schaut gespannt zu und würde gerne wissen, was da gesprochen wird, als er die anderen auf den Monitoren reden sieht. Doch er stellt selbst fest, dass die Kameras keinen Ton übertragen. Es kann also keiner der Schüler hören, was von den konkurrierenden Teams gesprochen wird. All Might nimmt an, dass Katski sich über das Funkgerät mit seinem Partner unterhalten hat. Unterhalten, ja, so kann man es auch nennen. Er formuliert es auch so, als wäre es nur eine Vermutung von ihm, als er Eijiro antwortet. So als wüsste er es auch nicht. Doch wenn wir genauer hinschauen, sehen wir, dass All Might auch ein Funkgerät im Ohr hat. Genau das benutzt er später auch noch, um mit den Teams zu kommunizieren. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er mithört, was die anderen sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er es könnte. All Might nutzt die Gelegenheit und erklärt den Schülern noch, dass die Funkgeräte, Gebäudeskizzen und das Festsetzband das einzige ist, was die Teams mitnehmen durften. Das Band hält er zur Veranschaulichung zwischen den Fingern und erklärt, dass ein Gegner, um den dieses Band gewickelt wird, als festgesetzt und besiegt gilt. Außerdem beträgt das Zeitlimit für diese Übung 15 Minuten. Auf einem Timer im Überwachungsraum wird auch die verbleibende Zeit angezeigt und die beträgt aktuell genau 13 Minuten. Mina glaubt, dass das Team der Helden durch dieses Zeitlimit im Nachteil ist. Sie müssen schließlich innerhalb des Limits die Bombenattrappe nicht nur finden, sondern auch sicherstellen und dabei möglicherweise noch gegen das Schurkenteam kämpfen. Und das hält sie für schwieriger, als die Bombe zu verstecken bzw. zu verteidigen. Und mit dem Zeitlimit im Rücken bin ich geneigt, ihr zuzustimmen. Doch eine Notlage ins Gegenteil zu wenden, das ist doch schließlich das, was einen Helden ausmacht. Das ist zumindest All Might's Konter. Und er nutzt die Gelegenheit, um noch einmal das Schulmotto zusammen mit den Schülern herauszuschreien. Eins, zwei, Alles ist gut, solange du wild bist. Oh, äh, warte, sorry, es heißt natürlich... Eins, zwei, PLUS ULTRA! Es machen auch alle Schüler mit und besonders gefällt mir hier Meso, der gleich drei seiner Tentakelfäuste in die Höhe streckt. Auch lustig anzusehen ist Fumikage, der seinen Arm unter den Umhang herausstreckt. Das, was die zwei da machen, das nenne ich mal volles Commitment. Alle scheinen diesen Moment richtig zu fühlen, sogar Minita wirkt für seine Verhältnisse recht normal. Die einzigen, die sich da etwas rausnehmen, sind Shoto und Kyoka. Shoto sieht mal wieder genervt aus, weil er bei so etwas albernem mitmachen muss. Und Kyoka hat so ein... Oh mein Gott, was muss ich tun? Blick drauf, so als sei sie mit der Situation komplett überfordert. Es folgt eine Großaufnahme von Yuga, der All Might jetzt auf etwas hinweisen möchte. Und er sagt... Monsieur, Katsuki hat... Und damit endet die Szene. Wir erfahren nicht, was Yuga sagen wollte und sind wieder mitten im Kampf zwischen Katsuki und Izuku. Aber was hat Katsuki denn jetzt? Naja, schauen wir weiter zu und wir werden die Antwort schon bekommen. Katsuki holt sich jetzt mit Hilfe seiner Spezialität den nötigen Schwung und springt auf Izuku zu. Der kann seinen Angriff aber erneut vorhersehen und er schafft es gerade noch so, seinen Kopf vor Katsukis Tritt zu schützen. Im selben Augenblick sehen wir noch ein Bein von Ochako rechts im Bild, die gerade dabei ist, davonzulaufen. Izuku hat ihr nämlich während des Angriffs entgegengeschrien, dass sie weglaufen soll. Und genau das tut sie jetzt auch. Man merkt an Katskis Aggressivität, dass er echt abgefuckt darüber ist, dass er jetzt mit Deku in derselben Arena stehen muss. Genau genommen ist es zwar ein Gebäude, aber erinnern wir uns zurück an die Szene aus der ersten Folge, in der er sagte, dass jemand wie Deku nicht das Recht hat, mit ihm in derselben Arena zu kämpfen. Tja, aber wenn wir das Gebäude jetzt mal als Arena bezeichnen, dann ist das genau das, was hier gerade passiert. Das hat Katsuki nicht kommen sehen und es treibt ihn in den Wahnsinn. So dass er sich jetzt sogar über jede Kleinigkeit aufregt, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Deku während des Kampfes zur Seite zu Ochako geschaut hat. Er wollte sich nämlich versichern, dass sie auch heil davon gekommen ist. Dadurch, dass Katsuki hier wortwörtlich im Enrage-Mode ist, ist er für einen kleinen Moment unaufmerksam. Und Izuku, unser kleines Mastermind, nutzt die Gelegenheit direkt und versucht Katsuki das Band umzuwickeln, welches ihn als besiegt markiert. Katsuki versucht sich mit einem Schlag seiner Rechten zu befreien. Doch auch das hat Izuku bereits vorhergesehen und kann ausweichen. Das Band kann er ihm dadurch allerdings nicht mehr umwickeln. Währenddessen kommentieren die Schüler im Überwachungsraum das Geschehen sehr euphorisch. Denn immerhin kämpft Izuku bisher ohne Einsatz seiner Spezialität gegen den Erstplatzierten der Eignungsprüfung. Das kann Izuku natürlich nur, da Katsuki zu den Personen gehört, die er bewundert und die er daher bis ins kleinste Detail analysiert hat. Zu der Analyse gehört natürlich auch sein Kampfverhalten und das macht er sich hier zu Nutze. Als nächstes wird uns ein kurzes Flashback aus All Mights Erinnerungen gezeigt. Denn er weiß auch, wieso Izuku hier so gut reagieren kann. Wir haben ja in der ersten Folge gesehen, dass er Izuku ein Autogramm in sein Notizheft gegeben hat. Aber hier im Flashback sehen wir jetzt, dass er sich die Notizen auch angesehen hat. Und dabei hat er auch die Notizen gesehen, die Izuku sich über Helden und andere Vorbilder, die er so hat, gemacht hat. Die Notizen machen es aber natürlich nicht weniger bewundernswert, wie Izuku sich gerade schlägt. Er ist lediglich gut vorbereitet und weiß, auf was er sich einlässt. Er kommt also sprichwörtlich nicht mit einem Messer zu einer Schießerei. Wie anfangs gesagt, es ist ein kurzes Flashback, denn es ist bereits vorbei und wir sind wieder im Kampfgeschehen. Wir hören mal wieder Izukus Gedanken, der den Kampf weiter analysiert und seinen nächsten Zug plant. Katsuki macht sich auch schon wieder bereit und streckt seine Hände schräg nach unten, damit er sich wieder Schubkraft durch seine Spezialität holen kann. Deku ist mittlerweile auch klar, dass Katsuki bereits wissen muss, dass er sein Standardkampfverhalten vorhersehen kann. Um nicht zu riskieren, dass Katsuki mit einem unvorhersehbaren Angriff wild auf ihn einprescht, entscheidet sich Deku erst einmal für die Flucht und läuft in den Korridoren davon. Katsuki ist überrascht und versucht, ihn zu verfolgen. Dabei ist er sichtlich genervt und er hält das Spiel auch nicht lange durch. Er bleibt stehen und schreit vor lauter Wut drauf los. Er glaubt, dass Deku ihn die ganze Zeit über verarscht hat, was seine Spezialität angeht, und versucht ihn jetzt zu provozieren, sie gegen ihn einzusetzen. Denn er ist sich sicher, dass er dennoch gewinnen wird. Und das ist auch sein Ziel, Deku mitsamt seiner Spezialität in Grund und Boden zu stampfen. Stellt euch das einfach mit mehr Schimpfwörtern und viel mehr Hass in der Stimme vor. Dann wisst ihr genau, was und wie Katsuki es gesagt hat. Ich würde ihn zwar gerne wieder imitieren, aber so lange Hass-Tiraden von ihm, das machen keine Stimmbänder dieser Welt lange mit. Und die brauche ich noch, denn der Podcast geht ja noch eine Weile. Also verzeiht mir und seht es als Training eurer Vorstellungskraft an. Oder schaut euch die entsprechende Szene einfach im Original an. Auch wenn Katsuki sehr impulsiv ist, ist sein Gedankengang hier zumindest teilweise nachvollziehbar. Dass es eine Spezialität gibt, die weitergegeben werden kann, ist unvorstellbar. Und so denkt er natürlich, dass Isoku schon länger eine Spezialität haben muss. Da sich diese ja auch in der Regel bis zum Alter von vier Jahren zeigt. Und das ist ja nun schon eine Weile her. Er glaubt also, dass Isoku sich absichtlich schwach gestellt hat, um ihn hier jetzt so richtig auflaufen zu lassen. Was natürlich absoluter Quatsch ist, aber das weiß Katsuki nicht. Obwohl er es eigentlich wissen müsste, wenn seine Gedanken nicht so festgefahren wären. Er hat Deku immerhin die ganze Zeit über erlebt und weiß, wie er sich verhalten hat. Und das sehen wir auch gleich noch, deshalb nehme ich es an dieser Stelle noch nicht vorweg. Auch die Schüler im Überwachungsraum finden Bakugos Verhalten furchterregend. Genau genommen hören wir Denki, der es als eben solches bezeichnet. Und recht hat er. So wie er sich hier verhält, kann man nämlich nicht ausschließen, dass er Deku versehentlich oder vielleicht sogar absichtlich in die ewigen Jagdgründe befördert. Großaufnahme von All Might, der sich gerade die Livefeeds anschaut und den Kampf beobachtet. Dabei lächelt er übrigens auch. Und wenn All Might lächelt, dann heißt das nicht unbedingt was Gutes. Er lächelt nämlich vor allem in Notlagen und besonders schlimmen Situationen, damit sich die Umstehenden sicherer und weniger ängstlich fühlen. Die Situation ist also ernst. Während er den Ernst der Lage mit seinem Lächeln überspielt, erinnert er sich daran, dass Isoquim erzählt hat, dass Katsuki nur so vor Selbstbewusstsein strotzt. Doch All Might stellt fest, dass genau dieses Selbstbewusstsein eindeutig zu groß ist. Zu Recht, denn das ist es definitiv. Während er genau das gerade vor sich her denkt, sehen wir wieder Katsuki, der eine Tür aufspringt und wütend hin und her schaut, in der Hoffnung, Isoquo zu finden. Doch der versteckt sich gerade an der Ecke eines Gangs und tüftelt einen Plan aus. Dass Isoquo intelligent ist und diesen Kampf hier wirklich clever angeht, wissen wir ja bereits. Anstatt einfach blind drauf loszulaufen und sich darauf zu verlassen, dass seine Superkraft die stärkere ist, also ja, so wie Katsuki es tut, erhöht er seine Chancen, indem er Pläne schmiedet, seinen Gegner analysiert und nichts dem Zufall überlässt. Und dazu sagte bereits Sun Tzu in die Kunst des Krieges, wenn du den Feind und dich selbst kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen. Ihr könnt jetzt einfach selbst mal überlegen, in welcher der drei Aussagen ihr Katsuki einordnen würdet. Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Denn immer wenn ich in diesem Podcast hier meine Meinung äußere, bin ich natürlich auch daran interessiert, wie das andere sehen. Und zu dieser Frage ist er meiner Meinung nach gerade so geblendet von seinem Hass, dass er weder seinen Feind noch sich selbst in Gänze kennt. Laut Sun Tzu wird er also unterliegen. Deku kennt seinen Feind hingegen umso besser und kommt jetzt auch noch zu dem Schluss, dass Katsuki auf eigene Faust handelt und nicht mit Tenya kooperiert. Gut, das hätte man bei Katsuki jetzt allgemein voraussetzen können, aber Deku hat natürlich einen Grund, warum er das denkt. Deku begründet seine Annahme richtigerweise damit, dass Tenya aufgrund seiner Geschwindigkeit viel besser als Vorhut geeignet wäre. Daher ist es unlogisch, dass Katsuki diesen Part übernimmt. Zumindest, wenn sie sich abgesprochen hätten. Was sie nicht haben. Und da die beiden offensichtlich getrennt voneinander agieren, ist der vielversprechendste Plan, auf den Deku kommt, zusammen mit Ochako gegen Tenya zu kämpfen. Isokus Gedanken werden uns als Zuschauer auch grafisch dargestellt. Und zwar mit total niedlichen Figuren, die ein bisschen so aussehen wie Nandroids. Zum Vergleich habe ich die Nandroids der vier auch noch mal rausgesucht. Und wie cool ist das denn? Die sehen einfach genauso aus wie auf dem Screenshot. Dieser viel zu große Kopf und diese unfassbare Niedlichkeit. I can't. Ich muss sie haben. Ähm, ja, okay. Damit Dekus Plan jetzt aber funktionieren kann, muss er dafür sorgen, dass Katsuki nicht dazu stößt. Dafür reicht es natürlich nicht aus, ihn bloß im Gebäude herumirren zu lassen. Denn dann könnte er nicht ausschließen, dass Katsuki doch noch dazu stößt und das Kräfteverhältnis wieder ändert. Deku muss ihn also besiegen. Derweil irrt Katsuki weiter durchs Gebäude herum und sprengt eine Tür nach der anderen auf. Deku kratzt seinen Mut zusammen, denn wenn er sich vor Katschans Handflächen in Acht nimmt, dann kann er ihn besiegen. So glaubt er zumindest. Na, das kann er gleich mal unter Beweis stellen. Katsuki ist nämlich nicht mehr weit von ihm entfernt. Wo bist du, du elender Scheißnerd? Hört Deku ihn von nicht allzu weiter ferne schreien. Doch anstatt jetzt impulsiv zu antworten, denkt Deku an die Szene aus der ersten Folge zurück, also die, in der Katsuki ihn anblaffte, dass jemand wie Deku nicht in derselben Arena stehen dürfe wie er. Und Deku verteidigte sich damals mit den Worten, dass er gar nicht gegen ihn kämpfen möchte. Aber genau das will er jetzt zurücknehmen. Er will gegen Katsuki kämpfen. Das sagte aber erst einmal nur in Gedanken zu sich selbst und wir als Zuschauer bekommen es natürlich auch mit. Katsuki lässt er von diesem Sinneswandel erst einmal nichts wissen, zumal er damit ja auch seine Position verraten würde. Wir als Zuschauer sind jetzt wieder bei Katschan, der weiterhin wütend durch die Gänge streift. Von ihm sehen wir jetzt auch ein paar Gedankenschnipseln. Er versucht sich nämlich weiterhin einen Reim darauf zu machen, warum Deku auf einmal eine Spezialität hat. Und viel wichtiger, warum er es nicht wusste und warum Deku ihn damit verarscht hat. Denn das ist es, was er glaubt, dass Deku ihn hier vorführt. Die ersten zwei Gedankenfetzen, die uns gezeigt werden, sind wirklich kurz, aber die Long-Version davon haben wir schon in den vergangenen Podcasts gesehen. Als erstes haben wir die Szene, in der Deku weinend sagte, dass er auch auf die Yui gehen wird und dass er sich selbst erkämpft hat. Und danach seine Namensbekenntnis aus der letzten Folge. Jetzt bin ich Deku, der klingt wie, gib alles! Während er so in Gedanken schwilgt, nennt Katsuki ihn noch einmal, dieser Kiesel am Wegesrand. Er kann es echt nicht fassen, dass ausgerechnet unser Brokkoli-Boy ihm gerade solche Probleme bereitet. Nach diesen zwei kurzen Erinnerungen folgen jetzt einige, die etwas weiter zurückliegen. Als erstes sehen wir die zwei auf einem Spielplatz in der Wohnsiedlung der Midorias, zu erkennen an dem Gebäude im Hintergrund. Kacchan jongliert gerade einen Ball mit den Füßen in der Luft, während Izuku ihm zuschaut und anfeuert. Kacchan, du bist toll! Hören wir ihn sagen, ganz unschuldig und holsam, wie er nun mal ist. Izuku will es auch versuchen, doch es klappt nicht so ganz und er bekommt den Ball auf den Kopf. Wir sehen ihn am Boden sitzen, dann er hat sich wehgetan und reibt sich seinen Kopf. Wie niedlich das einfach aussieht und trotzdem kommt Kacchan wieder blöd von der Seite und muss ihn ärgern. Anstatt ihm zu helfen, sagt er mit unnötig arrogantem Ton, Izuku, du kannst ja wirklich überhaupt gar nichts, was? Das dürfte im Übrigen auch die einzige Szene sein, in der er ihn Izuku nennt. Denn er hat ihm ja damals den Spitznamen Deku gegeben. Und da habe ich euch im Podcast Nummer 1 ja versprochen, dass wir uns das Ganze an einer späteren Stelle noch einmal genauer anschauen. Und das ist jetzt. Denn in der nächsten Rückblende sehen wir, wie Katsuki auf den Spitznamen gekommen ist. Wir sehen Kacchan, der ein Spieleimer hochhält, auf dem Izukus Name steht. Von links nach rechts steht hier in japanischen Schriftzeichen Midoriya Izuku. Es ist also das Eimerchen von Izuku. Kacchan zeigt auf die letzten beiden Kanji, die für Izuku stehen und sagt, dass man die Schriftzeichen auch als Deku lesen kann. Währenddessen sind seine drei Anhängsel links im Bild absolut begeistert von dem Fakt, dass Kacchan schon lesen kann. Izuku, der noch nicht ahnt, was Kacchan gleich über die Bedeutung des Namens Deku sagen wird, schaut voller Begeisterung zu ihm rüber. Ich glaube, er ist gerade einfach so glücklich darüber, dass Kacchan seine Leseskills ausgerechnet an seinem Eimer demonstriert. Und dass er sich sogar über seinen Namengedanken gemacht hat. Bevor Kacchan jetzt aber mit der Zerstörung von Izukus Traum loslegt, kümmert er sich erst einmal um den Kommentar seiner drei, ich nenne sie jetzt mal Freunde, und sagt lässig und arrogant. Ach, ihr etwa nicht? Auch hier schaut Izuku wieder bewundern zu Katsuki auf. Er muss sich jetzt irgendwie sowas denken wie, das ist er, das ist der Moment, in dem Kacchan und ich allerbeste Lieblingsfreunde für immer werden. Er wird aufhören, mich zu mobben und ab jetzt wird alles total cool. Denn Kacchan und ich sind jetzt Partner in Crime, wir gehen durch dick und dünn, niemand kann uns zertrennen. Aber zu früh gefreut. Kacchan schaut mit einem schnippischen Blick über die Schulter zu Izuku, der immer noch ultra happy ist, und sagt, Ja, und Deku heißt so viel wie Taugenichts, jemand, der überhaupt nichts kann. Und da ändert sich Izukus Mine schlagartig. Das ist wohl doch nicht der Moment, in dem sie allerbeste Lieblingsfreunde werden. Aber stimmt das, was Kacchan gerade gesagt hat, wirklich? Schauen wir es uns mal genauer an. Der Name Izuku besteht, wie wir auf dem Eimerchen schon gesehen haben, aus zwei Kanji. Das erste Kanji kann wie folgt gelesen werden. D, Ru, Isu, Ru, Shutsu oder Shu. Und das zweite Kanji, Hisashi, so heißt übrigens auch sein Vater, Hisashi, Ku oder Kyu. Wie wir sehen, ist da D und Ku durchaus vertreten. Es ist also technisch richtig, dass man die Schriftzeichen auch als Deku lesen kann. Deku wiederum gilt als Abkürzung für das Wort Deku no Bu, welches übersetzt Puppe aus Holz bedeutet. Umgangssprachlich kann es auch zu nichts gut oder Taugenichts heißen. Daran erkennt man schon, wie kreativ Katsuki werden kann, wenn es darum geht, Izuku zu mobben. Und das im Alter von vier Jahren. Wow, Katsuki. Wow. Zurück im Geschehen passiert jetzt etwas, was ich ein wenig merkwürdig finde. Wir sehen einen Blackscreen und Katsuki sagt mit seiner Kinderstimme, wieso weiß er das nicht? Es wirkt so, als würde er das gedanklich zu sich selbst sagen. Aber warum? So wie er sich gibt, scheint dem Deku ja egal zu sein. Und solange er da ist, macht er sich eben einen Spaß damit, ihn zu mobben. Und ansonsten geht er eben am, ihr wisst schon was, vorbei. Aber diese Frage gerade mit abwertenden, aber dennoch etwas enttäuschten Tonfall lässt vermuten, dass er vielleicht doch überlegt hat, sich mit Deku anzufreunden. Doch er tut es nicht, weil Deku in seinem Werteschema zu weit unter ihm steht. Ich bin hier und du, Deku, du bist hier. Oder vielleicht sogar hier. Das ist jetzt vielleicht etwas viel hineininterpretiert, aber interessant ist auch, dass diese und auch die folgenden Blackscreen-Szenen im Manga zwar auch vorkommen, aber ein kleines bisschen anders ablaufen. Denn da redet er immer von der ganzen Gruppe und nicht bloß von Deku. Also in dem Beispiel von eben, wieso checken die nichts? Anstatt, wieso weiß er das nicht? Es ist ein kleines Mysterium. In der nächsten Szene sehen wir die Kinder beim Steinehüpfen. Und da war ich mir nicht ganz sicher, ob man das jetzt wirklich so nennt und ob ihr auch versteht, was ich meine. Aus meiner Kindheit kam mir noch der Begriff Ditschen in den Kopf, so haben wir das zumindest früher immer genannt. Also falls ihr noch nicht wisst, was ich meine, es geht darum, einen flachen Stein über das Wasser hüpfen zu lassen. Aber die Frage, wie man es richtig nennt, hat mir keine Ruhe gelassen und deshalb wollte ich die richtige Bezeichnung unbedingt herausfinden. Ich habe also danach gesucht und die älteste Aufzeichnung, die ich zu dieser, naja, Sportart finden konnte, war aus dem Werk Die Deutsche Turnkunst. Er stammt aus dem Jahr 1816 und wurde von Friedrich Ludwig Jahn und Ernst Eiselehn verfasst. Und die haben alle Synonyme für das Steinehüpfen aufgezählt. Und ich werde sie euch jetzt vorlesen und ich werde versuchen, dabei so wenig wie möglich zu lachen. Und ihr hört bitte genau zu und schreibt mal in die Kommentare, welchen Begriff ich davon fortan verwenden soll. Und egal welchen ihr aussucht, der wird es werden. Und das geht sowohl für den Podcast als auch für meinen privaten Sprachgebrauch, also seid bitte nicht zu hart zu mir. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, der ist doch völlig bescheuert. Und ja, das stimmt, aber hear me out. Ihr habt die Begriffe ja noch gar nicht gehört. Und das ändern wir jetzt. Also, das Steinehüpfen nennt man auch Schürken. Bämmeln. Das Bäuerleinlösen. Oh Gott. Bleiern. Die Braut führen. Ihr denkt, ich verarsche euch, aber das steht da wirklich. Butterbämmel streichen. Fischeln. Flettern. Flötzen. Ja, auch schön. Jungfern schießen. Kindli werfen. Die liebe Frau lösen. Fleizern. Dreibeinige Jungfer. Plätteln. Steineln. Oder Stelzeln. Ich hab die Namen vorher zwar alle schon gelesen, aber glaubt mir, das macht euch nicht immun. Das ist so bescheuert. Wer kommt denn auf sowas? Und wisst ihr, was das härteste an der ganzen Sache ist? Nein, es ist nicht die Butterbämme. Es gibt einfach noch mehr. Es gibt noch mehr Begriffe dafür. Die Liste ist Gottverdammt nochmal unendlich. Okay, okay. Toni, beruhigen und versuchen weiterzumachen. Ich krieg das hin. Also, wir sehen Katzki, wie er gerade beim Butterbämme streichen ist. Okay, one step back. Für heute bleiben wir bei Steine werfen, bis ihr für mich in den Kommentaren entschieden habt. Und bitte seid gnädig. Butterbämme streichen schaffe ich nicht. Zumindest nicht auf Dauer. Katzki wirft jetzt also seinen Stein und seine Anhängsel fragen ihn, wie oft er gesprungen ist. Obwohl sie das gerade gesehen haben, aber sie haben eine Aufmerksamkeitsspanne von unter einer Sekunde und konnten nicht mitzählen. Ganze siebenmal, sagt Katzki und ist richtig stolz auf sein Ergebnis. Dann schaut er schelmisch grinsend zu Deko rüber und fragt, wie oft denn seiner gesprungen ist. Und Dekustein ist leider kein einziges Mal gesprungen. Die drei Anhängsel, die übrigens gar nicht geworfen haben, lachen Deko lauthals aus. Das scheint sowieso ihr einziger Job in dieser Episode zu sein. Und die Lache von ihnen ist so eklig, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So nach dem Motto, wir sind alle was Besseres und du? Du bist nichts. Und das kleine dicke Kind im Muskelshirt aka Tsubasa lacht natürlich am lautesten. Tja, dann lach mal. Solange du noch kannst. Bald hast du jedenfalls nichts mehr zu lachen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass er verdient hat, was mit ihm passiert. Aber vielleicht doch so ein kleines bisschen? Nein, so ein Schicksal wie Tsubas hat natürlich niemand verdient. Auch die Steinwerfszene wird wieder mit einem Blackscreen abgeschlossen, in der Katsky sich erneut eine Frage stellt. Dieses Mal? Wieso kann er das nicht? Als nächstes folgt eine Szene aus dem Kindergarten. Zwei Erzieher stehen hinter den Kindern, während Katschan zum ersten Mal seine Spezialität entdeckt. Die Kinder versuchen nämlich gerade unter Aufsicht der Erzieher ihre Spezialitäten zu finden. Denn das ist nicht immer so einfach, wie man vielleicht denkt. Es ist nämlich nicht immer klar, was für eine Spezialität sie haben und wie sie sie aktivieren können. Die meisten Quirks werden allerdings genetisch vererbt, sodass man zumindest erahnen kann, in welche Richtung es geht. Ein Kind erbt dabei entweder die Quirk des Vaters, die der Mutter oder eine völlig neue, die aus einer Verschmelzung der beiden entsteht. Je nach Eltern kann diese neue Spezialität manchmal sogar den Anschein erwecken, als wären es zwei getrennte Spezialitäten. Wie zum Beispiel bei Shotos halb kalt, halb heiß. Da Spezialitäten genetisch vererbt werden, neigen Geschwister auch dazu, ähnliche Spezialitäten zu entwickeln. Ein gutes Beispiel dafür sind die Ida-Brüder. Und das Beispiel passt ganz gut, denn der jüngere Bruder ist ja gerade auch mit Katschi in einem Team. Und wie wir bereits gesehen haben, hat Tenya Motoren in seinen Beinen. Und sein älterer Bruder Tensei hat Motoren in seinen Armen. Es kann aber auch vorkommen, dass ein Kind eine Spezialität entwickelt, die sich von allen anderen in seiner genetischen Abstammung unterscheidet, also eine Art Mutation. Das kommt zwar nur super selten vor, aber es ist zum Beispiel bei Eri der Fall. Katschis Quirk ist aber eine, die aus den Spezialitäten seiner Eltern verschmolzen ist. Der glycerinhaltige Schweiß seiner Mutter und der säurehaltige seines Vaters. Und wie das jetzt zu Explosionen führt, das wisst ihr natürlich, da ihr ja sicher alle aufmerksam die letzte Folge des Podcasts geschaut bzw. gehört habt. Katschan hat seine Spezialität jetzt jedenfalls entdeckt und wir sehen kleinere Explosionen auf seinen Handflächen. Unser Nice Guy aka Izuku freut sich für ihn und kommentiert es ganz euphorisch. Oh, wie toll! Das wird aber weitgehend ignoriert, stattdessen sehen wir jetzt die beiden Erzieher, die auch Katschans Spezialität loben. Das ist ja eine tolle Spezialität! Sagt der Typ und die Frau ergänzt es noch. Eine prächtige Spezialität, wie gemacht für einen Superhelden. Und das finde ich auf pädagogischer Ebene nicht so gut gelöst. Eher schlecht, ganz schlecht. Man muss dabei bedenken, dass hier auch Kinder dabei sind, die ihre Spezialitäten noch nicht am ersten Tag entdecken und auch welche, die nicht so krasse Spezialitäten haben. Und ich wage zu bezweifeln, dass die beiden Erzieher auch bei dem Augentyp aus der ersten Folge so reagiert hätten wie bei Katschi. Dasselbe gilt übrigens auch für Mirio. Er hat nämlich auch keine krasse Spezialität, aber er hat sie selbst zu einer gemacht, indem er alles gegeben hat, sie zu erlernen und zu entwickeln. Doch so selbstsicher wie Mirio ist eben nicht jeder. Stellt euch nur mal vor, Tamaki wäre hier in den Kindergarten gegangen. Und er hätte mitbekommen, wie ein anderes Kind für seine Spezialität förmlich in den Himmel gelobt wird. Und für seine bekommt er dann sowas wie... Ah, Tamaki, deine Spezialität ist... Ja, auch schön. Okay, nächster bitte. Stellt euch das mal vor, ich bin mir sicher, wir hätten nie wieder was von ihm gehört, weil die beiden Erzieher einfach das winzige bisschen Selbstvertrauen komplett weggesnackt hätten. Ich bin zwar echt kein Fan der Everyone-gets-the-Trophy-Bewegung, aber kleine Kinder direkt zu Beginn in gut und schlecht einzuteilen, erhalte ich für keine gute Idee. In diesem Alter und wo die Kinder gerade noch dabei sind, ihre Spezialitäten zu entdecken, sollte man sie meiner Meinung nach unterstützen und mit ihnen Wege finden, wie sie das Beste aus ihrer Spezialität machen können. Das nötige Aussieben kann dann auf ganz natürlichem Weg über die weiterführenden Schulen und die jeweiligen Aufnahmeprüfungen stattfinden. Aber so sorgt man nur dafür, dass die Kinder schon hier den Mut verlieren und es gar nicht erst versuchen. Eine fürchterliche Szene. Zum Glück ist sie jetzt vorbei. Wir sehen wieder ein Blackscreen und Katschan spricht erneut zu sich selbst. Während er das tut, wird der Blackscreen von einer Ultra-Nah-Aufnahme seines niedlichen Kindergesichts abgelöst. Und die Worte der Erzieher hat er genauso aufgefasst, wie gerade vermutet. Er ist toll und alle anderen sind es nicht. In der nächsten Szene sehen wir Katschan, der mit einem Kesha vorausgeht und Deku, der hinter ihn geht und zwei kleine grüne Boxen mit sich herumträgt. Deku sagt noch einmal, wie toll er Katschans Spezialität findet und hofft, dass er seine auch bald bekommt. Katschan dreht sich zu ihm um und da möchte ich kurz einen Moment innehalten. Katschan schenkt ihm Aufmerksamkeit und dreht sich sogar für ihn um. Was ist denn da passiert? Das ist bei ihm ja schon gleichzusetzen mit der höchsten aller Ehrerbietungen. Und das ausgerechnet für Izuku. Damit ist dann aber auch wieder genug des Nettseins und er antwortet, dass es völlig egal ist, was er für eine Spezialität bekommt. An seine wird Deku schließlich sein Leben lang nicht rankommen. Ach ja? Ist das so? Naja, wir werden sehen. Danach sind wir kurz wieder in der Gegenwart. Aber auch nur, um noch einmal Katskis Kiesel am Wegesrand-Spruch zu hören, den er schon zu Beginn der Rückblenden vom Stapel gelassen hat. Direkt darauf gehen die Rückblenden weiter und wir sehen Deku verzweifelt auf dem Boden sitzen, umringt von Kindergartenkindern. Und die machen sich gerade über ihn lustig, da er immer noch keine Spezialität hat. Deku selbst sieht dabei auch aus, als hätte er bereits mit dem Leben abgeschlossen und würde nur noch überlegen, wie lange er es als Polizist im Dienst der Gerechtigkeit aushalten kann, bis er sich die Kugel gibt. Katschan links im Bild scheint das zu freuen und er kommentiert es gedanklich noch damit, dass Deku der uncoolste von allen ist. In der nächsten Szene sehen wir wieder einen der Abenteuer-Ausflüge von der Katski-Gang. Katschan geht allen voran über einen umgestürzten Baum, der über einen Fluss liegt und leitet mit seinen Explosionen den Weg. Was vollkommen unnötig ist, aber er muss ja zeigen, was er kann. Dabei trällert er fröhlich vor sich hin. Auf, auf, voran, all ihr tollen Männer, von Katskis Superhelden-Agentur. Die Kinder spielen also wieder mal Superhelden. Aber Moment mal, hat der Deku gerade unbewusst als toll bezeichnet? Kann das sein? Doch noch bevor ihm das selber auffallen kann, rutscht Katschan aus und stürzt gute drei Meter tief in den Fluss unter ihnen. Seine drei Pseudo-Freunde schauen zu ihm runter und fragen, ob alles okay ist. Der einzige, der sich wirklich Sorgen macht und direkt zur Hilfe eilt, ist Izuku. Ich meine, es hätte ja sonst was passiert sein können. Er ist immerhin gute drei Meter gefallen und der Fluss ist nicht gerade tief, sodass er auch nichts abfedern kann. Doch Katschan fühlt sich in seiner vierjährigen Männlichkeit verletzt. Er ist okay und braucht keine Hilfe. Schon gar nicht von Izuku. Und am meisten fuckt ihn dabei Izukus Gesichtsausdruck ab. Dass er es auch nur wagt zu glauben, dass ausgerechnet er, dem großen Lord Katschan, helfen kann. Harter Schnitt und wir sehen eine andere Erinnerung. Und die Szene kennen wir bereits, denn sie zeigt den Schleimmonster-Vorfall aus der zweiten Folge. Denn hier hat sich der Vorfall quasi wiederholt. Katschan brauchte offensichtlich Hilfe und Deku ist erneut, direkt losgestürmt, ohne groß nachzudenken. Und Izukus beherztes Handeln ist literally der Grund dafür, warum All Might Katschi überhaupt helfen konnte. Sonst wäre er jetzt Schleim. Aber nein, Katschi, du brauchst natürlich keine Hilfe und fuckst dich lieber über Dekus Gesichtsausdrücke ab, während er gerade dabei ist, sein scheiß Leben zu riskieren, nur um dir zu helfen. Jeez, komm auf dein Leben klar. Nach den ganzen Rückblenden sind wir nun zurück in der Gegenwart und sehen unseren Lord, der sich noch einmal selbstbestätigend zusprechen muss, dass er Deku überlegen ist. Und sein Gesichtsausdruck dabei, tja, was soll ich dazu noch sagen? Darth Sidious wäre stolz auf ihn. Erinnert ihr euch an die eine Szene aus Die Rückkehr der Jedi-Ritter, als er sagte, Ergib dich ganz deinem Hass. Tja, das dürfte so ziemlich genau das sein, was Katschi gerade tut. Die dunkle Seite ist stark in dir, junger Bombenblondi. Es beginnt eine neue Szene und wir sehen Ochako, die sich gerade hinter einem Betonpfeiler versteckt und vorsichtig dahinter hervorschaut. Sie entdeckt Tenya und die Bombenattrappe vor sich und will Deku gerade über das Funkgerät Bescheid geben, doch dann hört sie, wie Tenya anfängt, mit sich selbst zu reden. Ochako entscheidet sich, erst einmal weiter zuzuhören, bevor sie sich bei Deku meldet. Vielleicht sagt Tenya ja sogar etwas, was für ihr weiteres Vorgehen relevant ist. Tenya sagt aber nichts von Relevanz und denkt bloß laut über Katskis Verhalten nach. Er kommt zu dem Schluss, dass Katski von Natur aus boshaft sein muss. Er denkt aber auch, dass das für diese Übung genau das Richtige ist, denn sie spielen ja immerhin die Schurken. Tenya glaubt, dass er den Schlüssel zum Sieg gefunden hat. Er muss auch dem Bösen erliegen. Er versucht es, indem er eine finstere Miene aufsetzt und zu sich selbst sagt, Ich bin abgrundtief böse. Und als hätte das nicht schon gereicht, folgt darauf noch ein komplett überspitztes Lachen wie das eines James-Bond-Bösewichts. Nur eben in schlecht und unglaubwürdig. Da kann Ochako sich auch nicht mehr zusammenreißen und lacht lautlos. Dadurch fliegt ihre Tarnung auf und Tenya bemerkt sie. Und Tenya ist nicht nur jemand, der weirde Selbstgespräche führt, sondern er ist auch ziemlich smart. Er hat sich nämlich gut auf Ochako vorbereitet. Als Katsuki alleine losstürmte, war ihm schon klar, dass er es vermutlich auf Izuku abgesehen hat und dass Ochako mit hoher Wahrscheinlichkeit alleine bei ihm aufschlagen wird. Daher hat er den Raum komplett leer geräumt, damit sie ihre Spezialität nicht zu ihrem Vorteil nutzen kann. Random Fun Fact Ochako kann die Gegenstände, die sie schwerelos macht, nicht kontrollieren. Sie kann lediglich die Schwerkraft wiederherstellen und somit würde ein schwebender Gegenstand wieder zu Boden fallen. Der Ball beim Spezialitäten-Erfassungstest ist zwar gerade ausgeflogen, das lag aber daran, dass Ochako ihn zuvor geworfen hat. Dadurch hat bereits eine Kraft auf ihn eingewirkt und ihn trotz Schwerelosigkeit in die entsprechende Richtung gedrückt. Das ist für die Szene zwar nicht weiter relevant, aber ich fand's interessant und dachte, ich erzähl's euch einfach mal. Nachdem Tenya Ochako seinen genialen Schachzug erklärt hat, beendet er seine Ausführung mit einer noch heftigeren Lache. Dieses Mal ist sie so absurd lächerlich, dass einzig Dr. Evil aus Austin Powers als Vergleich herhalten kann. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ansonsten sucht nach dem Podcast einfach mal danach und hört euch seine Lache an. Und danach nochmal Tenyas aus dieser Szene. Ochako guckt auch erschrocken, so als würde sie Tenya am liebsten von einem Psychiater abholen lassen. Man kann's ihr nicht verübeln. Sie greift auch direkt mit ihrer Hand zum Funkgerät, das sich an ihrem Ohr befindet. Und zur Überraschung aller gibt sie nicht im Kontrollraum Bescheid, dass Tenya psychiatrische Hilfe benötigt. Sondern sie kontaktiert Izuku, um ihm zu sagen, dass sie entdeckt wurde. Sie gibt Izuku auf Nachfrage noch ihre Position durch und er stellt fest, dass sie sich ziemlich genau über ihm befindet. Merkt euch das, denn das ist für den späteren Verlauf noch wichtig. Es wird uns noch einmal der Timer eingeblendet, der jetzt eine Restzeit von 6 Minuten anzeigt. So langsam muss das Heldenteam also zur Tat schreiten, denn die Zeit arbeitet gegen sie. Als nächstes sehen wir, wie Deku aufsteht. Er hält das Band zum Festsetzen straff vor sich und ist jetzt offenbar bereit, noch einmal gegen Katsky anzutreten. Und er will auf keinen Fall verlieren. Tja, wer will das schon? Dann sehen wir auch schon seinen Gegner. Oder genau genommen sehen wir seinen Handschuh mit großer, granatähnlicher Applikation daran. Die leuchtet rot auf, um zu zeigen, dass sie komplett gefüllt ist. In dieser Granate kann Katsky nämlich seinen nitroglycerinähnlichen Schweiß sammeln und gezielt daraus abfeuern. Die Menge darin ist natürlich auch wesentlich größer als das, was sich normalerweise an seinen Handflächen befindet. Entsprechend sind die Explosionen, die er mit diesem Handschuh loslassen kann, auch um ein Vielfaches stärker. Bevor Katsky den Inhalt der Granate auf Deku abfeuert, will er noch wissen, warum Deku seine Spezialität nicht einsetzt. Und er fragt ganz provokant, Bin ich dir etwa nicht gut genug? Doch das ist natürlich nicht der Grund. Mit One for All ist Deku nämlich durchaus in der Lage, Katschan ohne weiteres in Einzelteilen an die Wand zu splattern. Da er genau das gerne vermeiden würde, muss er mit dem Einsatz seiner Spezialität sehr vorsichtig sein. Zum aktuellen Zeitpunkt kann er sie ja noch gar nicht richtig kontrollieren. Doch das ist etwas, was er Katschan natürlich nicht sagen kann, weshalb dieser sich immer weiter in seinen Hass hineinsteigert. Deku zittert und hält das Band weiterhin fest in seinen Händen. Anstatt jetzt auf Katskys Frage zu antworten, schreit er ihm entgegen, Ich brauche keine Angst mehr vor dir zu haben. Oh yeah, right, denn du bist ja jetzt Deku, der klingt wie Gib alles. Ich finde es einfach unglaublich toll zu sehen, wie selbstsicher und mutig er sich in dieser Szene Katsky gegenüberstellt. Schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Katsky richtet jetzt den Granathandschuh auf Izuku und erklärt währenddessen noch, wie er funktioniert. Aber das wissen wir ja schon. Er zieht den Schalthebel zurück und ein Sicherungsstift kommt zum Vorschein. Schnitt zu All Might. Er lächelt zwar immer noch, aber einen Hauch von Panik und Nervosität kriegt selbst er in dieser Situation nicht überspielt. Die Situation wird aber jetzt selbst für ihn etwas zu heiß und er versucht einzugreifen und spricht zu Katsky über das Funkgerät. Junger Bakugo, stopp! Willst du ihn töten? Eine Frage, die er ganz klar mit Ja beantworten müsste. Er sagt aber stattdessen, Er wird nur dann sterben, wenn ich ihn treffe. Und das kommt einem Jo, ich will ihn killen schon sehr nah. Im Manga wird das Ganze noch deutlicher, denn da antwortet er stattdessen, Nicht, wenn er ausweicht. Er hat also definitiv nicht vor, ihn absichtlich zu verfehlen. Er will hier nämlich eher provozieren, dass Deku seine Spezialität einsetzt, sodass er ihn beweisen kann, dass er auch in einem Kampf mit ihren Spezialitäten der Stärkere ist. Während er All Might antwortet, zieht er auch schon den Sicherungsstift heraus und schießt damit eine gewaltige Explosion in Richtung Izuku. Der schafft es gerade noch so, seine Arme vor dem Gesicht zu verschränken und sich damit zumindest etwas zu schützen. Ausweichen konnte er aber nicht mehr. Wenn wir uns die Szene Bild für Bild anschauen, dann sehen wir auch, wie er von der Explosion erfasst und nach hinten geschleudert wird. Die Explosion ist so stark, dass sie die Wand des Gebäudes durchschlägt und den gesamten Schauplatz zum Erbeben bringt. All Might und die anderen Schüler sind richtig erschrocken von Katskis Brutalität. All Might versucht, Izuku über das Funkgerät zu erreichen, um herauszufinden, ob es ihm gut geht oder besser gesagt, ob er überhaupt noch am Leben ist. Als Zuschauer können wir jetzt wieder ins Innere des Gebäudes blicken und wir erkennen Deku, der vor der zerstörten Außenmauer am Boden liegt. Er stand zwar direkt in der Schusslinie, hat aber nochmal Glück gehabt und wurde nicht aus dem Gebäude geschleudert. Alles in allem ist er auch einigermaßen gut dabei weggekommen und ist gerade dabei, sich wieder aufzurichten. Seine Sturmhaube und die niedlichen Öhrchen sind jetzt allerdings komplett zerstört. Die wurden vermutlich von der Explosion verbrannt oder abgerissen. Auch sein rechter Handschuh fehlt und ein Stück seines Anzuges am rechten Arm ist abgerissen. Und das ist merkwürdig. Er hat sich zwar gerade mit seinen Armen gegen die Explosion verteidigt, allerdings hatte er den linken Arm vorne. Der müsste also um einiges ramponierter aussehen als der rechte. Der sieht aber im Gegensatz zum rechten ziemlich normal aus. Schauen wir dazu einmal in die Originalvorlage, also in den Manga. Dort sieht man nicht, wie genau er sich gegen die Explosion verteidigt hat. Als er am Boden liegt, ist es aber auch der rechte Arm, der in Mitleidenschaft gezogen wurde. Da war man bei der Animation der Szene für den Anime wohl etwas schlampig. Man hat sich zwar weitgehend an die Manga-Vorlage gehalten und den Anzug auch an der rechten Seite am Arm reißen lassen. Bei der Szene, die sie für den Anime hinzugefügt haben, also die, in der er sich verteidigt, hat man das aber nicht mehr beachtet. Und man hat ihn sich versehentlich mit links verteidigen lassen. Und so kommt es, dass sich Deko im Anime mit links verteidigt, aber rechts verletzt wird. Da hat jemand seinen Job nicht richtig gemacht und dachte, wir würden es nicht bemerken. Aber nicht mit uns. Das ist ein simpler Anschlussfehler. Bei Live-Action-Produktionen kann das zwar schon mal vorkommen, aber beim Anime? Das ist eine AAA-Production. Gebt euch mal mehr Mühe, wenn ihr schon was eigenes einfügt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Könnte man jetzt sagen. Aber das sind nicht meine Worte, sondern Dekus, während er gerade dabei ist, sich wieder aufzurichten. Währenddessen kommt Katsuki zwischen den Rauchschwaden seiner Explosion zum Vorschein und geht langsam und siegessicher auf Izuku zu. Dabei sagt er noch mit leicht psychopathischem Unterton, Wahnsinn, je mehr sich in dem Handschuh sammelt, desto heftiger wird die Explosion. Ja, ach was. Da hat jemand grundlegende Chemie verstanden. Mehr ist mehr. Bravo. Zu Dekus Pech leuchtet nun auch Katsukis linker Handschuh auf. Der ist jetzt also auch randvoll mit explosiven Schweiß gefüllt. Deku schaut panisch zu Katsuki, doch der fordert ihn nur erneut dazu auf, seine Spezialität endlich einzusetzen. Das passiert aber noch nicht, es beginnt nämlich eine neue Szene und wir sind erst einmal wieder bei den anderen zwei. Tenya versucht gerade Katsuki anzufunken, damit er ihn darüber aufklären kann, was da gerade passiert ist. Vor lauter Aufregung vergisst er auch für einen kurzen Augenblick, dass Ochako noch mit im Raum ist. Sie wittert ihre Chance und ergreift sie sofort. Ohne groß zu überlegen, stürmt Ochako direkt Richtung Bombmatrappe und hebt dabei ihre eigene Schwerkraft auf, um über Tenya hinweg zu schweben. Als die Bombe sich direkt unter ihr befindet, hebt sie ihre Spezialität wieder auf und fällt in Richtung Sieg. Wenn sie die Bombe berührt, gilt sie nämlich schon als erobert und das Heldenteam hätte somit gewonnen. Doch so einfach macht Tenya es ihr nicht. Er schnappt sich die Bombe, sprintet mit ihr davon und Ochako fällt ins Leere. Wir sind jetzt wieder zurück bei Deku und Katsuki und Katsuki steht jetzt direkt vor Deku und fragt ihn, was denn mit ihm los sei. Er hätte ihn doch gar nicht getroffen. Äh, doch. Hast du? Wir haben es doch gerade gesehen. Es ist ein absolutes Wunder, dass Deku überhaupt noch lebt und so gut dabei weggekommen ist. Er stand schließlich im Auge der Explosion und die Wand hinter ihm wurde komplett zerpflückt. Rein logisch betrachtet müsste Deku jetzt tot sein. Aber dann wäre der Anime auch vorbei und das wollen wir schließlich auch nicht. Im Manga kommt die Szene im Übrigen ein klein wenig glaubwürdiger rüber. Da behauptet Katsuki nämlich nicht, ihn nicht getroffen zu haben und wirkt auch im Allgemeinen viel wahnsinniger. Ihr glaubt, das geht nicht? Doch, doch das geht. Denn da sagt er stattdessen, Haha, krass, oder? Komm schon, Alter, du kannst doch noch, oder? Wow, das ist beängstigend. Anstatt jetzt direkt die zweite Explosionswelle auf Deku loszulassen, fordert Katsuki ihn erneut dazu auf, ihn anzugreifen. Es geht ihm nämlich nicht darum, den Kampf oder diese Übung einfach nur zu gewinnen. Er will Deku in Grund und Boden stampfen und dabei beweisen, dass Deku-Spezialität nicht mit seiner mithalten kann. Deku ignoriert ihn aber fürs Erste und greift sich stattdessen ans Ohr, um Ochako über Funk nach der Lage bei ihr und Tenya zu fragen. Dadurch wird Katsuki nur noch wütender. Deku greift ihn nicht nur nicht an, sondern ignoriert ihn gerade komplett. Und das nach diesem Angriff. Aber auch wir als Zuschauer können Katsuki kurz ignorieren, denn für uns geht's jetzt erst einmal wieder in den Überwachungsraum. Eijiro fordert All Might gerade dazu auf, Katsuki aufzuhalten, denn der ist, Zitat, absolut crazy. All Might, der übrigens immer noch lächelt, muss jetzt auch kurz überlegen. Ganz abbrechen möchte er den Kampf aber nicht. Izuku soll schließlich auch seine Chance bekommen, sich der harten Realität zu stellen. Irgendwas muss All Might aber tun, also geht da einen Kompromiss ein. Und so verbietet er Katsuki, die Granathandschuhe noch einmal abzufeuern. Ein zu heftiger Kampf würde schließlich auch die Basis der Schurken beschädigen und das sei eine dumme Taktik. Klingt für mich jetzt schon so ein klein wenig vorgeschoben. Wann haben sich Schurken je für so etwas interessiert? Katsuki sieht auch nicht gerade erfreut aus und Deku nutzt diesen Moment, in dem er genervt und unaufmerksam ist, um Ochako umzupositionieren. Er hat sich die Pläne des Gebäudes genauestens eingeprägt und sagt Ochako exakt, wo sie sich hinstellen soll, damit der nächste Teil seines Plans funktionieren kann. Katsuki hat aber auch nicht vor, untätig zu bleiben. Wenn er seine Granatenschuhe nicht abfeuern darf, kann er sich ja immer noch mit Deku prügeln. Das macht er ja eh am liebsten, also springt er hier auch direkt auf ihn zu. Deku glaubt, er könnte auch diesen Angriff vorhersehen und setzt zum Gegenangriff an. Doch man kann von Katsuki halten, was man will, aber dumm ist er nicht. Ihm war klar, dass Izuku das tun würde und daher hat er seinen Standardangriff nur angetäuscht, um Izuku in die Irre zu führen. Statt jetzt also direkt auf ihn einzuschlagen, feuert er eine Explosion mit der linken Hand ab, um sich mit dem Schwung hinter Izuku zu schleudern. Als er direkt hinter ihm ist, folgt eine Explosion mit der rechten Hand, die Katsuki in der Luft stabilisiert. Darauf eine weitere Explosion mit der linken, die Deku direkt in den Rücken trifft. Die anderen Schüler im Überwachungsraum sind überrascht, dass Katsuki auf einmal so taktisch agiert und zugleich weiterhin schockiert von seiner Brutalität. Obwohl man ja sagen muss, dass er sich hier schon ziemlich zurückgehalten hat. Großaufnahme von Shoto, der jetzt auch zum ersten Mal zu Wort kommt. Für einen, der überhaupt nicht wie ein Denkertyp wirkt, ist er überraschend subtil. Auch wenn er Katschans Aktion damit eigentlich gelobt hat, klingt es Below the Line doch eher nach einem Diss. Es gefällt mir diese kalte und slightly arrogante Art von ihm. Und wo ich gerade schon von kalt rede, wir sehen hier nur Shotos rechte Hälfte, also die, mit der er Eis hervorbringen kann. Die linke Hälfte hingegen wird von seinem Kostüm verdeckt und das soll den Anschein erwecken, als wäre diese Hälfte eingefroren. Nur sein Auge liegt frei, aber auch das sieht alles andere als normal aus. Da hat wohl jemand den Terminator-Film ein bisschen zu oft gesehen. Passt aber auch irgendwie zu ihm, doch dazu kommen wir in der nächsten Folge. Und da werden wir uns auch sein Kostüm noch einmal genauer anschauen. Die anderen Schüler wirken etwas überrascht von Shotos Aussage und wollen wissen, was genau er meint. Besonders gefällt mir dabei der Blick von Eijiro. Er wirkt so erschrocken, so als wäre die Tatsache, dass Shoto gerade etwas gesagt hat, wirklich das allerletzte, was er erwartet hat. Shoto erklärt daraufhin den anderen, was an Katskis Angriff so besonders war und Momo ergänzt das Ganze noch mit ein paar Details. Die beiden sind ja auch schließlich nicht umsonst, auf Empfehlung hier. Da kann man schon erwarten, dass sie einige Techniken bereits beherrschen und sie dementsprechend auch erkennen und bewerten können. Die anderen hören gespannt zu und erkennen schließlich an, dass Katski sehr talentiert ist, was das Kämpfen angeht. Zurück im Geschehen sehen wir Deku, der den Angriff noch nicht so ganz verarbeitet hat. Doch Katski lässt ihm keine Chance, sich neu zu sammeln und stirbt direkt wieder los. Dieses Mal will er ihn noch weiter provozieren und kündigt jetzt sogar an, was er als nächstes tun wird. Ihm ist nämlich klar, dass Deku es mit großer Wahrscheinlichkeit eh voraussagen kann. Aber da er auch weiß, dass Deku in dieser Situation absolut nichts mit dem Wissen anfangen kann, weil er einfach nicht mehr reagieren kann, ist es so für Deku noch demütigender. Und darum geht es Katski ja schließlich. Hier, ich komme! Und zwar mit einem deiner geliebten großen Schläge mit der rechten Hand! Sagt er und schlägt zu. Deku fliegt durch den Schlag ein kleines Stück durch die Luft und schreit auf. Weit fliegt er aber nicht. Katski packt ihn direkt am rechten Arm und holt sich mithilfe einiger schnell aufeinanderfolgenden Explosionen mit Linksschwung und wirft Deku mit gewaltiger Kraft über die Schulter zu Boden. Dabei schreit er noch, Du bist mir unterlegen! Wow, das sitzt wirklich tief in ihm. Katski hat ihn auch mit so viel Kraft geworfen, dass Deku auf dem Boden aufschlägt, aber davon abprallt und wieder ein ganzes Stück weit nach oben fliegt. Deku schreit erneut auf. Katschan lässt ihm aber keine Chance, seinen Verstand zum Nachdenken einzusetzen und treibt Deku mit bloßer Kraft in die Enge. Olmals Hand, die das Mikrofon des Funkgerätes hält, presst sich immer weiter zusammen und zittert dabei. Er scheint hin und her gerissen und überlegt nun wirklich, ob er den Kampf nicht besser abbrechen sollte. Die anderen Schüler sind immer noch entsetzt darüber, wie brutal Katski vorgeht. Er könnte Izuku schließlich ganz einfach mit dem Band aus dem Spiel nehmen. Aber wie schon gesagt, Katski geht es nicht darum, dieses Kampftraining zu gewinnen, sondern Deku in Grund und Boden zu stampfen. Die Kamera zoomt jetzt auch immer näher an All Might heran und sein innerer Struggle wird uns offenbart. Er müsste sie aufhalten. Aber er will es nicht, um Izuku nicht die Chance zu nehmen, doch noch irgendwie siegreich aus der Sache hervorzugehen. Izuku entscheidet sich jetzt aber erst einmal für die Flucht, um wieder etwas Boden unter den Füßen zu gewinnen. Oder auch unter den Händen, denn er flieht auf allen Vieren. Hat Katski ihn etwa so schwer verletzt, dass er nicht mehr normal laufen kann? Eijiro kommentiert es noch, dass es nicht sehr männlich ist. Nicht die Art, wie er flieht, sondern dass er flieht. Denn wie wir ja bereits festgestellt haben, ist ihm Männlichkeit sehr wichtig. Er sieht aber gleichzeitig ein, dass Izuku in dieser Situation keine andere Wahl hatte. Deku bleibt am Ende des Ganges an einem Fenster stehen und dreht sich in die Richtung, aus der er gekommen ist. Dort erblickt er Katski, der langsam auf ihn zukommt und ihn wieder einmal dazu auffordert, seine Spezialität einzusetzen. Jetzt spricht er aber auch endlich das aus, was ihm auf der Seele brennt. Vorher fragt er Deku aber noch einmal mit forderndem Ton, ob er ihm nicht gut genug ist. Dann sagt er aber auch endlich, was er denkt, denn er glaubt, dass Deku seit ihrer Kindheit auf ihn herabgesehen hat. Und das möchte er jetzt von Deku selbst hören. Der Hass scheint Katskis Verstand also komplett vernebelt zu haben. Ich meine, schauen wir uns doch einfach nochmal Deku aus den Rückblenden an. Hier zum Beispiel, wo er verängstigt von Katschans tollkünen Plan ist. Oder hier, wo er Katschan für sein Selbstbewusstsein anhimmelt. Oder in der Szene, wo er Katski für sein Beispiel lobt und später den Ball auf den Kopf bekommt. Oder als er total gehypt ist, weil er glaubt, dass Katschan etwas Positives über ihn sagen wird. Hier, wo er beschämt ist, dass sein Stein kein einziges Mal gehüpft ist. Oder hier, wo er inmitten aller anderen sitzt, die sich gerade über ihn lustig machen, weil er noch keine Spezialität hat. Und zu guter Letzt die Szene, in der er Katschan helfen wollte. Sieht das für dich so aus, als würde er auf dich herabsehen, Katski? Und das sind jetzt keine Szenen, die ich mir irgendwie an den Hahn herbeigezogen habe und die der große Lord vielleicht vergessen haben könnte. Das waren literally Katskis Erinnerungen, an die er gerade selber noch gedacht hat. Und in seiner verdrehten Wahrnehmung haben genau diese Erinnerungen jetzt zu dem Schluss geführt, Deku würde auf ihn herabsehen. Was ist falsch bei dir, Katski? Jetzt kommt aber auch Deku zu Wort und macht klar, dass es nicht so ist, wie Katski denkt. Denn er möchte ihn besiegen, gerade weil er so stark und toll ist und nicht etwa, weil er auf ihn herab sieht. Ich finde, Deku sollte sich als Held einfach Mr. Wholesome nennen. Katski hat gerade die Scheiße aus ihm rausgeprügelt, zieht komplett absurde Schlüsse aus den Handlungen von Deku und scheint auch generell nicht an einer kommunikativen Lösung interessiert zu sein. Und trotzdem verliert Deku kein negatives oder auch nur ansatzweise abwertendes Wort über ihn. Ganz im Gegenteil, er stellt sogar noch Katskis Stärke hervor und begründet sein Handeln damit. Katski beißt die Zähne zusammen, denn damit hat er nicht gerechnet. Jetzt reißt aber auch bei Deku der Geduldsfaden und er fügt seiner Erklärung noch etwas hinzu. Da war sie doch tatsächlich, die erste Beleidigung aus seinem Munde. Doch in dieser Situation muss ich sagen, völlig zu Recht. Genau genommen war die Beleidigung sogar krasser als das, was wir gerade gehört haben. Wenn wir nämlich ins japanische Original reinschauen, dann sagt Deku nicht etwa Baka, was Idiot bedeutet, sondern Baka Yaro. Und das heißt so viel wie, du dummer Bastard. Hoho, oh Deku, den Mund wäschst du dir aber später mit Seife aus, ja? Katski hat aber nicht vor, noch groß an seinen Beleidigungen rumzufallen und bleibt bei seiner Antwort einfach bei dem Scheiß-Nerd, an das wir uns ja mittlerweile gewöhnt haben. Darauf folgt ein Splitscreen. Wir sehen links Katskischuh und rechts Dekus. Die Schuhe heben sich jetzt gleichzeitig vom Boden ab und die zwei stürmen aufeinander los. Kurzer Schnitt zu All Might, in dessen Gedanken wir jetzt hineinhören können. Ich will ihn jetzt aber nicht komplett nachplappern, also zusammengefasst ist er stolz darauf, wie Isoku sich gerade schlägt und ist sich sicher, dass die Leidenschaft, die er gerade zeigt, absolut notwendig für seine Zukunft ist und auch dafür, seinen Traum, ein Held zu werden, zu verwirklichen. Deku und Katski kommen sich währenddessen immer näher und werden im nächsten Moment aufeinandertreffen. Dann sehen wir, wie Deku One for All in seinem rechten Arm aktiviert und der wird dadurch so muskulös, dass sein Anzug noch weiter aufreißt. Tja Katski, du hast darum gebeten. Mehrfach. Dann seh mal zu, wie du damit jetzt klarkommst. Katski macht sich auch bereit und wir sehen, wie seine Hand orange aufleuchtet und nur darauf wartet, die nächste große Explosion auf Isoku abzufeuern. Als All Might sieht, wie sich die beiden immer näher kommen und sich dabei weiter anschreien, bekommt das aber auch endgültig mit der Angst zu tun und weist die Teams an, den Kampf sofort abzubrechen. Denn wenn es zu gefährlich wird, breche ich den Kampf ab, sagte er ja so schön. Aber All Might, da bist du jetzt leider ein wenig zu spät. Deku ruft jetzt auch etwas in sein Funkgerät, allerdings ist das keine Antwort an All Might, sondern eine Botschaft für Ochako. Er ruft ganz schlicht, Jetzt Ochako! Sie weiß offenbar, was damit gemeint ist und reagiert sofort, indem sie sich an einen der Stützpfeiler festhält. Kurz bevor die beiden jetzt zusammenstoßen, dreht Deku seine Faust um 180 Grad, um in einem Haken nach oben schlagen zu können. Er will nämlich gar nicht Katski treffen, sondern die Decke über ihm. Und gerade als Katski seine Explosion auf ihn loslässt, gelingt Deku der geplante Schlag in Richtung Decke. Dabei trifft nur der Luftdruck auch tatsächlich die Decke, doch der ist mit so viel Power geladen, dass er die Decke zerreißt und sämtliche Fenster des Gebäudes zum Bersten bringt. Tja, und dadurch wird Tenjas fleißige Aufräumaktion zunichte gemacht. Jetzt fliegt in dem Raum nämlich so einiges rum, was sich Ochako zunutze machen kann. Und das tut sie auch, sie wendet ihre Spezialität auf den Stützpfeiler an, an dem sie sich praktischerweise noch festhält. Dadurch, dass sie die Schwerkraft des Pfeilers aufgehoben hat, kann sie mit ihm ausholen und schlägt damit einige der umherfliegenden Trümmer in Richtung Tenja. Während sie den Schlag ausführt, ruft sie noch Improvisierte Todestechnik! Kometen-Homerun! Und ja, wenn man bedenkt, dass sie die Trümmer nicht nur Richtung Tenja, sondern auch in Richtung Bombe schlägt, kommt das mit der Todestechnik schon ganz gut hin. Mann könnt ihr froh sein, dass die Bombe nicht echt ist. Und meiner Meinung nach hätte das Heldenteam durch diese Aktion definitiv verlieren müssen. Ochako macht während des Schlags auch einen etwas merkwürdigen Gesichtsausdruck, so als wolle sie sagen, Oh shit, ich hab die Bombe vergessen. Doch das ist ja offenbar egal. Die Trümmer prasseln auf Tenja ein und Ochako nutzt die Gelegenheit, um sich erneut schwerelos zu machen und in Richtung Bombenattrappe zu springen. Sie hebt ihre Schwerelosigkeit wieder auf und dieses Mal ist es ihr gelungen. Sie ist auf der Bombe gelandet, hat sie also berührt und somit das Spiel für Team Green Tea entschieden. Während sie so an der Bombe hängt, springt ein Detail ihres Kostüms besonders ins Auge. Und zwar diese ultra riesigen pinken Stiefel, die sie trägt. Da hab ich mich zu Beginn immer gefragt, was das soll, vor allem weil die jetzt auch nicht besonders dekorativ aussehen. Aber mittlerweile kenn ich natürlich den Grund, warum die Stiefel so aussehen, wie sie nun mal aussehen. Und was dahinter steckt, ist für Ochakos weiteres Überleben in diesem Anime von elementarer Wichtigkeit. Mit ihrer Spezialität kann sie die Gravitation von allem aufheben, was eine Masse hat, also auch von sich selbst. Das haben wir ja auch gerade gesehen. Dabei muss sie natürlich immer beachten, dass bei der Wiederherstellung der Gravitation die zuvor schwerelosen Objekte wieder Richtung Erde fallen. Bei den Höhen, die sie sich bisher selbst hat schweben lassen, ist das kein größeres Problem. Wie wir aber an dem Ball im Spezialitäten-Erfassungstest gesehen haben, hat ihre Spezialität durchaus das Potenzial, sie so hoch schweben zu lassen, wie sie möchte. Ab ungefähr 6 Metern wird es da für einen Menschen schon kritisch und es ist fast unmöglich, einen Sturz aus solcher Höhe unbeschadet zu überstehen. Und ab circa 30 Meter sinkt die Überlebenschanze drastisch. Da fällt man nämlich schon mal gut und gerne mit über 90 Kilometern die Stunde. Mit der richtigen Technik könnte man es aber theoretisch noch überleben. Dazu gibt es aber nicht allzu viele Daten, da das verständlicherweise noch nicht so oft ausprobiert wurde. Ochako kann durch ihre Fähigkeit natürlich leicht in Situationen geraten, in denen sie höher schwebt, als sie eigentlich sollte. Und so haben die Kostümdesigner bei ihren Stiefeln das Möglichste getan, um Ochakos Überlebenschancen in solchen Situationen zu verbessern. Daher ist erst einmal die Sohle ihrer Stiefel mit einer schockabsorbierenden Polsterung ausgestattet und der Absatz besitzt zusätzlich eine starke Federung. Die ist natürlich ebenfalls dafür gedacht, dass die Kraft eines möglichen Aufpreits so gut wie möglich vom Körper abgefedert wird. Warum der Schaft der Stiefel jetzt aber so breit ist, wird nirgendwo genau erklärt. Ich denke ja, dass er zwei Funktionen hat und deshalb so breit sein muss. Erst einmal muss die Federung der Absätze stabilisiert werden. Und sie muss natürlich auch genug Platz nach oben hin haben, damit sie nicht einfach bricht. Der Rest des Schafts ist vermutlich auch mit schockabsorbierendem Material gefüllt, um den Schock bei einem besonders tiefen Sturz so gut wie möglich in den Beinen zu halten. Dabei würde sich Ochako bei einem Aufprall zwar mit großer Wahrscheinlichkeit die Beine brechen, aber zumindest überleben. Übrigens, falls euch das Design ihrer Stiefel vertraut vorkommt, dann habt ihr vermutlich schon einmal Portal 2 gespielt. Denn ihre Stiefel sehen den sogenannten Longfall Boots ziemlich ähnlich. Vermutlich hat sich Kohel etwas davon inspirieren lassen, als er Ochakus Stiefel entworfen hat. Zurück im Geschehen sehen wir Tenya, der sich gerade darüber ärgert, dass er die Bombe nicht beschützen konnte. Direkt danach sind wir wieder ein paar Etagen tiefer, bei Deku und Katsuki. Die Kamera fährt langsam an Katsuki herunter, der gerade mitten in Ground Zero steht. Damit meine ich natürlich den Ursprung des zerstörerischen Schlags, mit dem Deku das komplette Gebäude nach oben hin durchschlagen hat. Katsuki interessiert sich auch herzlich wenig dafür, dass sein Team gerade verloren hat, oder vielleicht weiß er es auch noch nicht, aber selbst wenn, es wäre ihm vermutlich trotzdem egal. Mit seinen Gedanken ist er nämlich immer noch bei Deku. Er glaubt jetzt, dass das gerade der Beweis dafür war, dass Deku von Anfang an auf ihn herabgesehen hat. In Anbetracht der Vorgeschichte, die die beiden haben, kann ich den Gedankengang immer noch nicht ganz nachvollziehen. In Katskis aktuell sehr eingeschränkter Wahrnehmung muss die Tatsache, dass Deku Spezialität so stark ist, der Beweis für seine absurde Theorie sein. In der nächsten Einstellung sehen wir Deku, der sich bei der Aktion eben erneut schwere Verletzungen zugezogen hat. Anstatt sich aber darüber zu beklagen, gibt der Katsuki nun die Erklärung dafür, weshalb er so lange gezögert hat, seine Spezialität einzusetzen. Eigentlich wollte er sie nämlich gar nicht einsetzen, da er sie nicht kontrollieren kann und sein Körper den Schock nicht aushält, erklärt der Katsuki, während dieser gerade seine Zähne fest zusammenbeißt. Er wirkt etwas erzürnt darüber, dass es noch einen anderen Grund zu geben scheint als den, den er sich selbst zurechtgelegt hat. Deku erklärt weiter, dass er seine Spezialität nur eingesetzt hat, weil er ihn so in die Ecke getrieben hat, dass er keine andere Wahl mehr hatte, als seine Spezialität einzusetzen. Das Bild zeigt nun, wie der Katsuki, der tief erschrocken Richtung Izuku schaut. Seine Augen sind weit aufgerissen und er beißt immer noch die Zähne zusammen. Seine Mundwinkel gehen nach unten und sogar sein explosionsförmiger Haarschmuck hängt hinunter. Alle Fahnen sind quasi auf Halbmast. Er wirkt alles in allem sehr erschrocken und bedrückt, so als wolle er sagen. Oh shit, da habe ich dich aber mal sowas von falsch eingeschätzt. Aber es ist immer noch Katsuki und sowas würde er zum jetzigen Zeitpunkt auf gar keinen Fall sagen. Was? Zugeben, dass ich mich geirrt habe? Nein, Deku ist schuld. Er hat mir absichtlich ein falsches Bild vermittelt, um mich jetzt in diesem Moment auflaufen zu lassen. Ja, genau so muss es gewesen sein. Okay, lass uns nicht mehr davon reden. Schnitt in den Überwachungsraum, in dem wir als allererstes den Timer sehen, der genau in diesem Moment abläuft. Danach fährt die Kamera einmal an den Schülern entlang und wir sehen, wie alle verblüfft auf die Monitore schauen. Ein witziges kleines Detail dabei, die Kamerafahrt zeigt alle Schüler im Ganzen bis auf eine. Nämlich Toru. Die Kamerafahrt endet genau an dieser Stelle und wir sehen von Toru lediglich den rechten Handschuh. Und da dachte man sich wohl, ja komm, die ist unsichtbar, das merkt doch eh keiner. Den linken Handschuh sehen wir also nicht mehr und da frage ich mich, läuft das bei Klassenfotos auch so ab? Wird sie einfach abgeschnitten, weil man sie eh nicht sieht? Ganz schön fies. Als nächstes sehen wir All Might über die Schulter, der aber erstmal einen Moment braucht, bevor er überhaupt was sagen kann. Er kann auch nicht glauben, was da gerade passiert ist, doch es dürfte genau der Ausgang sein, den er sich für Isuku gewünscht hat. Und so sagt er nun immer noch etwas perplex, Helden. Er macht eine kurze Pause und wird auf einmal richtig euphorisch und schreit, das Team Helden gewinnt. Währenddessen sehen wir Isuku zu Boden gehen. Der Kampf gegen Katsuki und die Verletzung durch den Einsatz seiner Spezialität haben dann doch zu sehr an seinen Kräften gezehrt und er ist am Ende. Und damit ist er nicht ganz alleine. Denn auch diese Episode vom Anime hat ihr Ende erreicht und damit auch diese Ausgabe vom Podcast. In der nächsten Folge erfahren wir, ob Deku das Ganze überlebt hat und dürfen uns unter anderem auf Shoto freuen, der mit seiner Eis-Spezialität ein wenig auf Disneys Frozen macht. Boah, stellt euch mal vor, Shoto als Eisprinzessin. Oh, Disney, macht das, bitte. Habt ihr auch manchmal so verrückte Ideen, aber einfach niemanden, mit dem ihr darüber reden könnt? Oder wollt ihr euch mit Gleichgesinnten einfach mal mehr über My Hero Academia oder vielleicht sogar diesen Podcast austauschen? Dann habe ich den perfekten Ort für euch. Und zwar den neuen My Hero Podcast Discord Server. Wenn ihr also Lust habt, euch mit anderen My Hero Academia Fans und manchmal auch mit mir auszutauschen, dann schaut gerne mal vorbei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls ihr über Spotify, Apple oder Amazon zuhört, dann ist der Link entweder in der Beschreibung oder in meinem Profil zu finden. Ich bin mir sicher, ihr schafft das und werdet den Link finden. Also, vielleicht bis gleich auf Discord und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal bei My Hero Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Weiter und immer weiter plus Ultra. Und hier noch ein paar Outtakes. Und die Art, wie hier das Storytelling gemacht wird, könnte man davon ausgehen, dass das hier der Moment ist. In den Katschi... Katschi. Was? Wer ist denn Katschi? Pikatschi? Blick drauf, so als sei sie mit der Situation überfordert. Ja, ich auch. Katschi holt sich jetzt mit Hilfe seiner Spezialität den nötigen Sprung... Äh, Schwung. Den Sprung hat er ja schon. Katschang. Katschang. Katsching. Katschan. Katschang. Katschang. Wohl Japaner, ne? Auch nicht so weit entfernt. Katschan. Ich kann nicht... Katschan. Katschan. Aber ich muss es... Ich kann es nicht so langsam aussprechen. Katschan jong... Katschan jongliert gerade... Katschan... Das ist doch schade. Das ist doch doof. Was soll denn das? Katschang jongliert. Katschang jongliert. Er jongliert. Hallo. Kriege ich es jetzt nochmal hin? Katschan jongliert... Der ist verflugter Satz. Ich sag gleich einfach Katschi. Katschan jongliert... Ihr fragt euch, warum ich immer Katschi sag. Weil ich Katschan einfach nicht aussprechen kann. Guck mal, jetzt klappt es. Im Satz klappt es. Toll. Mit One for All ist Katschi... Deku. Katschi kommt erst später. Hier, ich komme. Wow, wow, wow. Das war leicht drüber. Aber das ist offenbar egal. Und die Trümmer prasseln auf Tren... Trennjahr. Während sie so an der Bombe hängt, sprengt ein Detail... Springt. Sprengt tut es Gott sei Dank nicht. Obwohl nach der Aktion... Hui. Noch mal Glück gehabt.